So Leute, heute ist Donnerstag und meinem Fuß geht es immer noch nicht gut. Boah, ist das scheiße. Die Säden, die knirschen sogar richtig übereinander. Naja, ich werde heute mal ausprobieren, äh, Retterspitz heißt das Zeug, das werde ich mal ausprobieren. Das soll ich mir schön eintunken, mit viel, was weiß ich, mit Klopapier oder sowas, drumlegen und dann das ganze 45 Minuten mit Frischhaltefolie einziehen lassen und dann wollen wir mal gucken, ob das vielleicht besser hilft. Naja, ansonsten werde ich mir heute jetzt auch nochmal ein paar andere Sachen ausprobieren. Ich werde mir gleich Kakao machen, mal mit Schlagsahne. Mal gucken, wie das schmeckt. Ich weiß nicht, wie lange ich die schlagen muss, aber mal gucken. Oder ist das schon, ne, ist noch flüssig. Ihr seht, äh, so mit Kochen habe ich es jetzt nicht so. Schlagsahne habe ich eigentlich auch noch nie wirklich benutzt, bis jetzt. Ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich, weil ich früher auch immer Angst vor Fett hatte. Ähm, ja, ansonsten, gleich steht wieder Krafttraining an. Heute Rückseite, gestern war Vorderseite. Vom Körper heute Rückseite. Und Hypertrophie-Training, also dreimal 10. Und, ähm, ansonsten steht erstmal nichts an. Ich habe gleich nochmal, mein Gott, ich habe gerade Nüsse gegessen. Und deshalb mache ich jetzt kurz Pause. Ha, ich habe wieder was Neues, äh, Schönes für euch gerade gefunden, was ich euch zeigen wollte. Und zwar habe ich euch ja vor, irgendwie drei, vier Videos oder was, erzählt, dass eine gesenkte Kalorienaufnahme für ein längeres Leben verantwortlich ist. Das heißt, wenn ihr ein bisschen reduziert, was natürlich auch Völker machen, die sehr alt werden, auch ohne Krankenhaus und so weiter, die essen einfach relativ weniger und dass das für den Körper generell besser ist. Und das habe ich jetzt heute bestätigt gefunden. Auch wieder eine ganz neue Studie, die hier wohl war oder sowas, ähm, die zeigt hier, es ging um, äh, Genforschung. Forscher erhöhen die Lebensdauer von Zellen um 60 Prozent. Wurden halt bestimmte Gene ausgeschaltet und dann hat sich das halt, ähm, verlängert. Und dieses eine Gen hier, das hängt auch mit dem Brennwert der Zelle zusammen. Und sobald wir halt die Kalorien drosseln, also leicht ins Defizit gehen, erhöht das bekanntermaßen auch die Lebensdauer. Also eine sehr interessante Sache, die man sich mal überlegen sollte, dass man vielleicht sich nicht jeden Tag, ähm, ja, überkalorisch ernährt, dick wird und dann, ja, früher stirbt im Endeffekt. Und vielleicht regt das den einen oder anderen auch dazu an, ein bisschen sorgsamer mit der Ernährung umzugehen. So, bevor ich gleich die leckere Thunfischpizza wieder machen darf mit dem leckeren Edamer. Der liegt hier draußen, weil es arschkalt ist im Wintergarten, aber das ist nicht verkehrt, weil ich mich so auch noch ein bisschen abhärten kann für den Getting Tough. Und jetzt steht Rückentraining an. Vorderseite hatte ich ja gestern, wie vorhin schon gesagt, jetzt kommt die Rückseite, Trizepsrücken. Ähm, was mache ich hier? Trizepsseil, also Trizepsrücken am Seil mache ich. Dann wird das umgebastelt, dann kommt dann Latzug dran, dann kommt unten ein bisschen Rudern, kann man unten auch noch festmachen, das Ding. Ja, und so sieht das dann aus heute. Kreuzheben mache ich dann auch noch mit dem dicken Ding da. Ja, hinten vielleicht ein bisschen für die Beine, aber das lasse ich lieber sein mit dem Fuß heute. Ist nicht so der Burner. Deshalb heute Oberkörperrücken, das steht an. Ich brauche euch die Übungen nicht zeigen, guckt einfach die letzten Videos nach, da sind die Übungen. Ich weiß auch nicht, wie so manche Leute auf YouTube zum zehnten Mal Bankdrücken zeigen können. Ist doch immer das gleiche. Irgendwann kennt jeder die Technik, kann die Technik überall nachgucken und interessiert doch eigentlich keine Sau mehr, oder? Weiß ich nicht, könnt ihr ja reinschreiben, aber ich mache es auch nicht anders wie andere Leute. Und Hauptsache ihr habt ein gutes Gefühl dabei, Hauptsache ihr habt keine Schmerzen in der Schulter und solche Sachen. Und konzentriert euch einfach auf den Muskeln, schaut euch die Techniken an, lasst euch einmal dabei helfen von einem Trainer oder sowas. Lasst euch kurz kontrollieren, lernt das einmal ordentlich und gut ist. Und dann braucht ihr euch diese Videos nicht angucken, ist nur Zeitverschwendung. So, Training geht los und auf geht's. So, dann bin ich wieder Training vollbracht. Ja, ging ganz einfach. Nächste Woche kann ich die Gewichte erhöhen, also langsam steigern dann. Und morgen werde ich dann wieder dieses Pit-Training machen, quasi, was ich ja letzte Woche auch schon gemacht habe. Und dann mal gucken, ob mein Fuß am Sonntag wieder will oder nicht. Zur Not muss ich den Wettkampf sausen lassen. Nützt ja nichts, wenn die Sehne entzündet ist und ich da einfach nur noch mehr kaputt mache am Ende. Ja, mal gucken, wie es ist. Kakao ist auch gemacht. Schmeckt ganz gut. Ich habe jetzt hier reingemacht 50 Gramm. Also es sind ungefähr anderthalb Glitter. 50 Gramm Kakaopulver. Dann ist da noch drin ganz klein bisschen Kokosöl. Gibt halt so ein bisschen einen anderen frischen Geschmack vielleicht. Dann ist da Schlagsahne mit drin. Habe ich erst zur Sahne geschlagen und dann da reingemacht. Keine Ahnung, ob es jetzt anders schmeckt. Geht bestimmt auch ohne, wenn man Kalorien sparen möchte. Schmeckt aber jetzt nicht unbedingt sahniger oder sowas. Und noch ein bisschen Vanillearoma habe ich auch mit reingemacht. Aber das kann man eigentlich sein lassen. Also einfach nur Kakaopulver, Wasser, Stevia und fertig. Schmeckt gut. Ich habe eine Idee für eine coole Challenge, die ich ab morgen sowieso machen werde, weil ich das schon mal gemacht habe. Aber ihr könnt ja gerne mitmachen. Und macht einfach mal mit. Und wir fangen morgen an und machen 100, also über den Tag verteilt, egal wann, fangen wir an mit 100 Liegestütze und 100 Sit-Ups. Ihr könnt das so aufteilen, wie ihr möchtet. Wenn ihr jetzt daraus, was weiß ich, maximal Versuch machen möchtet oder so, macht ihr 2x50 oder so. Oder macht halt 5x20, je nachdem, wie ihr wollt. Aber insgesamt machen wir am Tag 100 Liegestütze und 100 Sit-Ups. Ich filme das dann auch ab. Und ihr macht einfach mit und schreibt unten rein, ob ihr es geschafft habt oder nicht. Und wie ihr es vielleicht gemacht habt. Ja, und dann machen wir das einfach mal zusammen. Wenn wir dann jeden Tag so um 10 erhöhen, sag ich mal, oder 20 erhöhen, schauen wir mal. Ich denke mal, um 10 ist eine gute Zahl. Wir erhöhen jeden Tag um 10 Wiederholungen. Das ist noch recht locker. Da kann man dann 5x22 machen und dann immer so erhöhen. Und wenn man am Ende halt nicht mehr kann, wenn man nur 4x22 schafft oder so und dann 5x und das fünfte Mal nur 15, dann hängt man die anderen halt nochmal hinten dran. Wir erhöhen dann jeden Tag um 10 Stück. Und wenn ich mir mal so angucke, dass ich schon 30, 40 Videos hier habe, dann kann man sich ausrechnen, wo das vielleicht hinführt. Ich werde es jetzt versuchen durchzuhalten bis zum bitteren Ende, bis ich keinen Bock mehr habe oder was auch immer. Auf jeden Fall habe ich das schon mal gemacht. Und irgendwann habe ich mal versucht, so viele Liegestütze am Tag zu schaffen, wie es geht. Und da bin ich dann auf 1000 gekommen. Also ich habe es schon mal geschafft, 1000 Liegestütze zu schaffen. Da habe ich mir selber eine Software geschrieben, die dann alle 10 Minuten bimmelt. Zum Beispiel, wenn ich vor dem Fernseher sitze oder vor dem, ja Fernseher habe ich ja nicht, aber vor dem Bildschirm jetzt hier am Computer, alle 10 Minuten bimmelt die und dann habe ich Liegestütze gemacht und habe das da eingetragen. Verlinke ich euch mal drunter. Das Programm läuft nur auf Windows leider, aber ansonsten nimmt das so, wie ihr möchtet einfach. Ihr könnt auch morgens nach dem Aufstehen zwei Sätze machen und abends. Auf jeden Fall, schreibt mal drunter, ob ihr es geschafft habt. Ich gehe jetzt Tomatenmark oder besser gesagt Tomaten, passierte Tomaten holen und werde mir gleich die Pizza machen und das zeige ich euch dann. Ab morgen geht die Challenge los. Also morgen 100 Liegestütze, 100 Sit-Ups möchte ich von jedem sehen. Und macht mal ein Vorjahrfoto und dann schauen wir mal, wie wir alle in vier Wochen aussehen. Oh Leute, ihr wisst ja, ich bin manchmal schon ein bisschen verrückt, was das Essen angeht. Wenn ich irgendwelche Sachen ausprobiere. Aber das, das ist schon echt geil. War vorhin einkaufen, wollten wir wieder ein bisschen Thunfisch-Pizza machen. Habe den Teig jetzt gemacht mit Thunfisch. Mal Thunfisch in Öl genommen, weil ich mal gucken wollte, ob da ein Unterschied ist. Das geht aber eigentlich. Habe das mit ein bisschen Leinmehl vermischt, damit das Ganze ein bisschen fester wird. Leinmehl, Leinsamen und ein Ei natürlich, wie immer. Habe dann den Boden erstmal im Backofen ein bisschen heiß werden lassen und ein bisschen hart werden lassen. Dann habe ich Tomatensauce genommen. Also so ganz normale aus dem Glas. Also so ganz normale Pesto. Habe die auch mit Leinmehl ein bisschen fester gemacht, dass die nicht so zerläuft, weil die ja ziemlich flüssig ist. Das war eine richtig geile Idee. Und jetzt, Leute, das ist der Oberknaller. Guckt euch mal diese Pizza an. Ich habe da ein Würstchen genommen. Hier ganz normale Bockwürstchen. Habe die dann da drauf gemacht. Natürlich auch noch ein bisschen Petersilie und so weiter. Bockwürstchen sind hier drauf. Die sieht man jetzt hier drin. Richtig, das ist mega geil. Das ist die geilste Pizza, die ich, glaube ich, je gemacht habe. Dann natürlich Käse da drüber. Und das ganze Ding ist einfach nur der Hammer. Eine Würstchenpizza. Ich weiß nicht, ob es so gibt. Bestimmt sowas. Irgendeiner hat sowas bestimmt schon mal gemacht. Auf jeden Fall mega geil. Und damit schließe ich heute nochmal ab den Tag, beende ich den Tag. Ich bearbeite gerade hier den dritten Teil oder den letzten Teil, den dritten, den letzten Teil von meiner Mallorca-Reise. Da könnt ihr dann nochmal sehen, wie es auf der letzten Strecke ergangen ist. Der wird wahrscheinlich morgen oder übermorgen dann kommen. Ja, ich bin zwar heute voll über meine Kalorien. Ja, was heißt voll? Aber ich bin über meine Kalorien, so 500 Kilokalorien wahrscheinlich drüber. Aber dafür nur ungefähr 15 Gramm Kohlenhydrate heute wieder. Also sehr low gegangen. Bisschen mehr Eiweiß natürlich durch den Käse, den Thunfisch jetzt. Aber ich bin auch gerade mal bei 100, 120 Gramm Eiweiß. Und dann passt der ganze Kram. Auf jeden Fall mega geile Pizza, oder? Morgen Challenge. Also macht die Challenge gerade unten rein, wie viel ihr gemacht habt. Ich mache das Video dazu und wir sehen uns morgen. Ciao.